Am Krischberg im Silbertal im schönen Montafon entsteht gerade eine Holzkugelbahn, welche die Silberspielwelt bereichert. Günter, Roland und Martin vom Team der Montafoner Krischbergbahn nehmen ihre Arbeit sehr genau, damit die Kugeln nachher auch richtig rollen. Wir und natürlich Silby freuen sich sehr auf deinen Besuch am Krischberg. Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020